hey youtube ich bin's lot und heute geht es weiter mit mittelerde mode aus schatten ja wir sind beim letzten mal stehen geblieben dass wir so ein bisschen nebenmission gemacht haben um halt mal so ein bisschen ja mal ein bisschen im level zu steigen weil wir so schlecht waren ja ich habe jetzt mal eine neue mission angenommen hier die wir auch zu ende bringen werden erstmal noch um die karte ein bisschen freizudecken und die dinger ein bisschen fertig zu machen ja auf geht's wir gucken um euch das einmal zu zeigen und zwar machen wir jetzt erstmal hier der sturm des krieges und werden dann hier die einzelnen artefakte nachholen und wenn er mal gucken was hier so los ist weil die gelben sind die hauptaufträge mal gucken ob wir noch irgendwie großartig was infiltrieren können um da die macht an uns oder die herrschaft an uns zu reißen ja nicht aufgepasst ich schaue jetzt mal ab hier vor dem karagor kein bock drauf die action so ist mir hinterher gerannt der ist mir hinterher gerannt fass es nicht hast du davon ein Stück scheiße alter was ist denn mit dir nicht richtig ich glaube ich drehe durch wie schnell die missgeburt war naja gut wir haben ja hier noch genug pflanzen jetzt mal fix hier die die energizer offline jetzt gucken wir mal erstmal auftrag starten der sturm des krieges die diener des dunklen herrschers waren in ganz ult und verstreut also besiegt er seine bestie um seine gegner nah und fern hier zu strecken vor allem die legende des bogens aska belohnen 150 mirian machen wir doch reite den karagor das habe ich noch nicht gemacht da bin ich noch nicht so in der wand drin im karagor reiten da ist er ganz locker so beißen angreifen halten weit hier aufzehren finden wir was innerhalb von 5 Minuten abfinden den uruk spätrupp also so zeit dinge hasse ich immer wieder fest aber naja oh er brennt das ist natürlich schlecht so tötet die ursprüngliche fallte aber vom rücken aus einer bestie ach du scheiße da ich ja mit zielen so gut bin eigentlich überhaupt nicht die sind natürlich nicht drauf gegangen oder was derben geschossen benötigt ich wollte sagen er rücken die sterben dadurch oder und so ein bisschen aufzehren er lebt noch heute hola lala lala jetzt müssen wir auch nach außen rum reiten oh mein gott what the fuck da ist der nächste uruk spätrupp in 1500m kann ich schneller reiten ey ich hab Angst dass er gleich stirbt viel energizer hat er ja nicht mehr denk ich weiß ich zwar nicht aber runter mit dir hier hoch mit dir ja durch falltreffer einer bestie steht hier nichts anderes oh komm schon ein bisschen energizer hat er noch so ist ja nicht noch mal 2000 meter noch mal 2000 meter los komm schon und lauf lauf ja ein karagor lauf doch alter was bleibst du überstehen aber ich brauch bloß noch zwei das schaffe ich so so Oh mein Gott, Alter. Ist da nicht ein bisschen mehr Power drauf, oder was? Du musst kriegen das Erfolg, korrekt. So, mach dich voll jetzt hier. Weiß ihn, zerfetz ihn. Weiß ihn. So, gut. Das haben wir schon mal gemacht. Jetzt hatten wir ja uns das Ziel gesetzt, den nächsten hier auch noch zu machen. Die Sealeding machen wir jetzt auch noch. Die Karagorai mal drüber. Der kommt hier echt überall hoch, das Olozzi. Krass. Ja, lauf hier oben. Komm. Hatte ich mir das hier? Alter, war Walter. Was ist denn alles los? Ich kann schon kill ihn jetzt. So, der ist schon mal tot. Perfekt. Geht der uns nicht auf den Sack? Müssen wir mal gucken hier. Oha. Was ist denn hier alles los? Hauptmann. Ja, das wäre natürlich so, dass ich jetzt ja auch mal ein paar Hauptmänner ja noch töten könnte. Ich muss ja noch ein paar killen, aber... Kommen wir in der Hauptmission weiter. Das will ich aber jetzt auch noch nicht. Ach, da unten ist das doch schon. Aufsammeln. 7 von 32. Ja, die sammeln wir alle. Keine Sorge. Das geht alles weiter. So, was haben wir denn jetzt sonst noch hier? Da ist jetzt der... Ja, ja. Der Hauptmann. Wie Siege Lamluk. Weiß nicht, was das soll. Blut, doch reich in den Tod von Mad Gamma 0, 2, indem du Goroth Gruben kämpftest. Okay, das ist wahrscheinlich ein anderer Spieler gewesen. Der Geist. Das machen wir als nächstes. Ich bin doch schon wieder weg, Mensch. Das richtigen Sie so auf. Kommt er gar nicht hoch. Kommt er gar nicht hoch. Was haben wir denn hier? Mein Gott. Kick it like Beckham. So, Hinrichtung. Komm her, mein Freund. Mach das wieder nicht. Das ist doch zum Kotzen manchmal. So, jetzt drehen wir ein bisschen durch hier. So, das ist schon mal Nummer 1. Hinrichtung Nummer 2. Pfff, was war denn, Jungs? Spannt euch mal hier. Narrow, Blut, Lecker ist entkommen. So. Nummer 2. So, die kann ich doch jetzt packen hier. Pack ihn. So, warum denn nicht sofort so? Heule Fresse, ey. Informationen wollen wir sammeln. So, und zwar wollen wir Informationen sammeln über... Wie sieht das denn überhaupt aus? Sie haben alle abgeschlachtet. Vergeltungsziel. Oder der Gerissene. Ja, der ist herrenlos. Herrenlos. So, hätten wir das auch schon mal erledigt hier. Jetzt hatte ich doch irgendwo mir hier was markiert. Und zwar da. Genau. Da laufen wir jetzt auch hin. Das ist das, was noch zu ist. Da waren wir letztes Mal schon einmal. Ja, lass das heulen sein. Der Waldläufer ist gleich verschwunden. So, das war's mit euch. Die Freaks. Auftragsstaaten. Er verbarg sich unter den Soldaten des dunklen Herrschers, um einen nach dem anderen launlos zu töten. Er würde nicht ruhen, bis sie dem Lager von Panik erfasst entflohen. Forme die Legende des Dolchers Arch an. Machen wir noch. Führe Schleichtötung an Urux aus, ohne entdeckt zu werden. Zusätzlich zielt, töte drei Urux mit einem Angriff von oben. Ist doch kein Problem, oder? Schleichangriff. Schleicht da jemand umher? Ja, komm her, werde ich sie zeigen. So, der zählt doch, ne? Wollte ich gerade sagen. Er hat mich gesehen, oder was? Ja, komm her. Next one. Mach euch doch alle weg. Rauch kein Thema. Habt ihr das gehört? Was ist das?